Wenn's nur nicht für Buen und Hickli schon zu spät ist. Ja, ja. Wenn man nur wüsste, was in den verdammten Papieren drinsteht. Ob Sie es nicht doch nochmal versuchen, drehen? Sie haben manchmal so eine glückliche Hand. Heute früh haben Sie das Gegenteil behauptet, Sir. Na, na, dann seien Sie mal nicht gleich eingeschnappt, Drehen. Lassen Sie uns lieber was Vernünftiges zusammen aushacken. Wissen Sie, das müsste ganz primitiv sein. So eine Sache, mit der man ihn einwickeln könnte. Diesen treuherzigen alten Portier bei den Juristen. Der das Bäckchen nicht herausgeben will.